und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmersteinbaus wir schauen uns auf diesem kanal ja sehr sehr gerne speed champions oder auch speed champions ähnliche fahrzeuge an und da gibt es noch einen hersteller den wir uns noch nicht angeschaut haben und zwar die fahrzeuge von forench und ich habe heute die fc 1601 mitgebracht ein fahrzeug was natürlich sehr sehr an einen bugatti erinnert und es hat 291 teile laut verpackung zwei verschiedene sticker bögen man kann ja nie genug sticker haben und man bekommt diese racing club setzt die eben speed champions ähnlich sind auch mit acht noppen breite für um die zehn euro dieses set habe ich jetzt im speziellen bei modbricks gekauft dort ist es stand jetzt aber nicht mehr vorrätig die box ist leider relativ langweilig in diesem schwarzen design was so ein wenig ein 18 plus set imitieren soll schön finde ich aber dass wir bei der box hier oben noch mal einen tragegriff haben bei so kleinen boxen macht das jetzt keinen riesen unterschied aber bei größeren boxen ist das natürlich eine schöne sache auch die gegenüberstellung von den verschiedenen sticker varianten finde ich gut und auf der seite sehen wir noch mal zwei figuren abgebildet die mit hier dabei sind auf der rückseite haben wir noch ein paar detailaufnahmen mit blumigen beschreibungen wie zum beispiel ein cockpit was zu öffnen ist eine simulation des auspuffs und natürlich ein exquisites interieur alles klar die maße des fahrzeugs werden hier auch noch mal gezeigt und zwar wird das ganze am ende 15,6 cm lang 4,5 cm hoch und 7,9 cm breit viel mehr gibt es auf der packung gar nicht mehr zu sehen dementsprechend würde ich sagen ich mache das ganze auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an innen haben wir noch mal einen innen karton und hier muss man leider sagen es hat ja von außen schon so gewirkt als dass die packung für ein speed champions ähnliches fahrzeug sehr groß ist und das hat sich leider auch bewahrheitet wenn wir mal wirklich so gnädig sind und diesen breiten innen karton nicht als luft mit zählen haben wir hier immer noch fast 50 prozent luft in der packung und das ist schon sehr sehr schade weil das ist einerseits ressourcenverschwendung und andererseits platzverschwendung und ich finde gute sets haben so etwas nicht nötig und hier seht ihr auf dem tisch auch schon die teile tüten und das chassis was hier wieder einzeln drin liegt und auch die scheibe ist einzeln verpackt ob sich das am ende gelohnt hat schauen wir uns natürlich zusammen an über die steine qualität im allgemeinen reden wir natürlich wie immer während des baus und dann haben wir natürlich die anleitung dabei die ist handlich klammer gebunden die papierqualität ist völlig in ordnung und auch mit den abbildungen sollte es keine großen probleme geben die abbildungen sind nur etwas klein meiner meinung nach es wird verblasst dargestellt was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt und insgesamt haben wir je nach variante um die 52 bauschritte bis das ganze hier fertig gebaut und eben auch beklebt ist eine teile liste gibt es leider nicht und auf der rückseite sehen wir noch mal einen kleinen überblick über die racing club reihe ich hätte ja auch sehr sehr gerne den hier gehabt und auch den hier aber ich habe leider beide nicht mehr bekommen und dann gibt es natürlich noch unser lieblingsthema die sticker ich habe ja schon gesagt dass ich bei speed champions die sticker jetzt in ordnung finde trotzdem werde ich in diesem fall diese variante hier aufkleben denn hier sind finde ich die wichtigsten sachen als sticker dabei und das ist ein kleiner handlicher sticker bogen und das hier geht natürlich wieder richtung rennwagen bei dem man gefühlt keinen stein nicht mit einem sticker voll klatscht ich meine das mag auch leuten gefallen und ich hätte auch diesen sticker bogen hier aufgeklebt aber mir persönlich gefällt dieser auch besser weil natürlich gibt es renn bugattis aber für mich war immer bugatti dieser eine absolut brachiale und eigentlich schon fast gestörte straßenwagen oder wagen mit straßen zulassung und nicht das große rennfahrzeug deshalb werde ich die straßen variante bauen und nicht die renn variante und apropos bauen ich fange jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder einen wunderschönen guten hallo wir sehen uns das erste mal nach dem zwanzigsten bauschritt wieder und wir haben bisher das basisteil tatsächlich noch gar nicht angefasst wir haben uns bis hierhin um das heck und die heckpartie des wagens gekümmert und der hat bis jetzt seine momente aber auch stellen die leider wirklich nicht gut aussehen aber da gehen wir natürlich am ende nochmal detaillierter drauf ein aber ich musste mich jetzt schon mal bei euch melden denn ich muss sagen die steine qualität ist leider 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 seit langer zeit mal wieder das schlechteste was ich in der hand hatte wir entwickeln uns ja allgemein bei den meisten herstellern eigentlich immer zu besseren steinen hin und ich hatte ja andere for range sets schon in der hand und da war die steine qualität sie war jetzt nicht spitzenklasse aber sie war in ordnung aber hier in diesem fall habe ich wirklich meine probleme damit die steine sind von der klemmkraft nicht für die bautechniken ausgelegt die wir in diesem heck haben jetzt wo wir es alles gegen gekontert haben ist es zwar stabil geworden aber in vielen zwischenbauschritten bauen wir steine mit nur einer noppe fest oder bauen sie sogar mit einem teil in der luft und drücken dann wieder von oben und unten dagegen und dafür reicht die steine qualität dieser steine hier einfach nicht aus mir ist öfter mal von diesem fahrzeug was abgefallen und alleine dieses kleine stück hat schon echt viel zeit gekostet und auch nerven gekostet und hat leider bis hierhin überhaupt keinen spaß gemacht denn vom baugefühl sind die steine manchmal störrisch manchmal hat man das gefühl man drückt gar nicht wirklich fest und wie gesagt die klemmkraft ist leider echt schlecht wenn man das ganze genug gegen kontert dann wird es vielleicht halten aber wirklich komplexere bautechniken sind mit diesen steinen hier nicht möglich und auch aussehensmäßig sind die steine so lala die fliesen sind überraschend glänzend aber sehr sehr zerkratzt aber alleine in diesem dunkelblau ton haben wir so so viele verschiedene farbtöne also das gefällt mir nicht wirklich obwohl ich das noch viel besser verkraften kann als die mangelnde steine qualität vom baugefühl und auch der klemmkraft am ende denn da sind diese steine meiner meinung nach im heutigen markt nicht mehr konkurrenzfähig ich baue natürlich trotzdem weiter und vielleicht kann mich das set ja noch durch seine konstruktion oder sein endaussehen überzeugen das finden wir zusammen raus und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen set wieder und damit ist das bugatti ähnliche fahrzeug von vorange die fc 1601 auch schon fertig grundsätzlich haben wir bei diesem fahrzeug durchaus gute ansätze ich finde es schön dass sie bei der anleitung ihren eigenen weg gegangen sind und man da wirklich nicht das gefühl hat einen lego klon zu bauen sondern man hat dort wirklich eine eigene abfolge von den bauschritten und baut das anders als bei einem üblichen speed champion und von der grundhaltung mag ich das natürlich wenn man sich dort abheben möchte hätten wir jetzt hier bessere steine hätten diese bautechniken und diese verschiedenen abfolgen auch viel besser funktioniert aber ihr habt ja schon im zwischenbauschritt von mir gehört dass dafür die steine qualität leider nicht wirklich ausreicht man kann dem fahrzeug aber nicht absprechen dass es jetzt zumindest am ende stabil geworden ist also damit kann man im endresultat durchaus auch spielen ich würde aber nicht darauf setzen dass nicht doch an der ein oder anderen stelle noch teile abfallen können weil wie gesagt die klangkraft hier leider teilweise wirklich unterirdisch ist und das macht am ende diesen guten ansatz von der konstruktion leider auch wieder zunichte weil natürlich finde ich es schön wenn man seinen eigenen weg geht aber es ist dann nicht gerade schön wenn die steine nicht für diesen eigenen weg gemacht sind die konstruktion aussehensmäßig hat genauso wie der aufbau der anleitung und die abfolge der bauschritte auch auf jeden fall potenzial aber dann kommen wieder die ecken und kanten ich finde das heck leider wirklich wirklich hässlich ich finde das nicht gelungen ich finde von der seite sieht es ganz gut aus schade ist natürlich dass wir hier diesen großen spalt zwischen scheibe und türen haben das stört mich immer sehr ich kann damit leben wenn man die türen dann öffnen kann diese türen kann man aber nicht öffnen und von vorne hätte es auch potenzial gehabt aber ich störe mich dann an solchen sachen wie dass wir hier teilweise gebaute scheinwerfer haben und dann nochmal die sticker und das ergibt kein stimmiges bild also für mich sieht das so ein bisschen aus wie ich bin ein ganz trauriges bärchen und nicht wie ein böser bugatti deshalb holt es mich auch leider aussehensmäßig nicht ab und die scheibe war einzeln eingepackt aber leider sind hier sehr viele unschöne einschlüsse drin und auch kratzer auf der scheibe also das einpacken hätte man sich fast sparen können und natürlich ist es schön wenn sachen geprintet werden gerade bei den scheiben aber wenn ich die scheibe finde und die steine zu dem auto würde ich wahrscheinlich nicht darauf kommen dass diese scheibe für dieses auto bedruckt wurde also der print passt gar nicht zu den steinen aber apropos prints wir haben noch einen zweiten print dabei alles was ihr außen seht sind sticker aber hier drin die armatur ist nochmal geprintet das ist dann wahrscheinlich das detailreiche interieur ich muss sagen mir ist das zu wenig wenn man das als detailreich beschreibt und das wichtigste ist wenn man so ein kleines autochen hat und damit vielleicht auch spielen möchte dass es sich natürlich beim rollen gut anfühlt und nicht mal das ist wirklich gegeben wir haben hier einen sehr sehr hohen widerstand und wenn man da nicht wirklich kraft reingibt dann geht hier nicht viel los also das auto ist eigentlich mit einem satz sehr sehr gut beschrieben gut gedacht aber leider dann eher schlecht gemacht aber wir haben bei dem fahrzeug auch noch zwei figuren dabei und zwar haben wir einmal so eine art grid girl und wir haben den rennfahrer der natürlich dann zur straßenvariante nicht allzu gut passt aber die figuren sind schon ordentlich zumindest die prints die brustteile sind bedruckt die beine sind bedruckt seitlich leider nichts und jeweils der rücken ist bedruckt also das ist schon in ordnung schade ist nur dass die arme relativ schwer gehen im gegensatz dazu die beine sehr sehr locker sind und sich die figuren generell auch nicht allzu hochwertig anfühlen und es hier natürlich auch probleme mit lego geben könnte mal davon abgesehen ich sehe das natürlich hier mit einem augenzwinkern aber braucht man so eine figur in einem spielset dieses set hat mir wohl gezeigt warum momentan bei modbricks diese sets hier fast schon verschleudert werden ich habe es tatsächlich noch zum vollen preis gekauft naja selber schuld ein paar wochen später hätte ich das ganze dann für 5 euro bekommen und ich glaube das liegt wirklich daran dass diese sets nicht allzu beliebt waren 4Range hat andere stärken und 4Range hat auch andere gute sets auch ich finde in dieser blase von vielen vielen herstellern die speed champions ähnliche fahrzeuge herstellen hat 4Range hier leider ein sehr schwaches gesamtpaket abgeliefert bei dem ich mehr meckern musste als es mir lieb gewesen wäre und deshalb muss ich sagen für die 10 euro die dieses set eigentlich kosten würde ist es obwohl wir zwei figuren dabei haben und es vom lieferumfang erstmal gut aussieht mir das geld nicht wert weil ich wirklich mit dem set nicht viel spaß hatte ganz ehrlich wenn man es für 5 euro irgendwo hinterher geworfen bekommt dann kann man sich das überlegen und dann kann man auch diese zwei figuren in einem diorama sehr gut hinstellen wenn irgendjemand ein boxengassen diorama hat aber als einzel set hat mich das ganze nicht überzeugt und deshalb gibt es von mir keine kaufempfehlung wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt oder ein anderes aus der reihe schreibt mir gerne ob ihr ähnliche erfahrungen damit gemacht habt oder ihr vielleicht ganz andere erfahrungen damit gemacht habt das würde mich wie immer sehr interessieren und wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick des타�ischen links plus o das das ist 将 either da ou o or i o o Bis zum nächsten Mal.